Hallo, ich bin es wieder einmal mit Minecraft. Ich möchte euch etwas zeigen, an dem ich seit Anfang dieses Jahres, Mitte Jänner, arbeite auf einem Realm von einem Freund von mir, vom Selfcrafter. Ich habe beschlossen, ein Raumschiff mit Ernteträchter zu bauen. Ich möchte euch einmal zeigen, was ich habe, wie viel ich habe. Es ist noch lange nicht fertig, aber ich möchte einmal zeigen, was da ist. Eigentlich habe ich gesagt, ich zeige es erst, wenn der Rumpf fertig ist. Aber ich fange jetzt schon einmal an, zu zeigen, was da ist. Ich werde das Mikrofon ausschalten und Musik hören, wie bei mir üblich. Viel Spaß! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020